Neue Technologien beeinflussen immer mehr Bereiche unseres Lebens und mit dem technologischen Fortschritt ändern sich auch die Anforderungen an junge Menschen. Kompetenzen in den MINT-Disziplinen sind in der heutigen Gesellschaft immer stärker gefragt. Deshalb zeichnen wir Bildungseinrichtungen aus, die ein forschendes und entdeckendes Lernen in den MINT-Fächern ermöglichen. In Ihrer Bildungseinrichtung wird der Grundstein gelegt für Naturwissenschaft und Technikbegeisterung. Dies ist Voraussetzung für den Wandel zu einer erfolgreichen Innovationsgesellschaft. Denn ohne Technik geht heute gar nichts mehr. Österreichische, aber auch internationale Unternehmen suchen ganz dringend engagierte Techniktalente. MINT öffnet damit jungen Menschen ganz besondere Zukunftschancen. Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, mit dem MINT-Gütesiegel möchten wir uns ganz herzlich für Ihr großes Engagement in der MINT-Unterrichtsentwicklung bedanken. Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung. Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung. So. Ebene. Die ist funktioniert. Also geht es dir mit der Karte ein, der Karte ein, der Karte ein, der Karte ein und der Karte ein. Wenn man auch moisturisiert. Wenn man auch ein Karte ist, dann lasst uns das Karte ein. Bis zum nächsten Mal.